Wiegald Andreas Boning, geboren am 20. Januar 1967 in Wildeshausen, ist ein deutscher Komiker, Synchronsprecher, Musiker und Fernsehmoderator. Er ist bekannt für seinen Humor, seinen Charme und seine vielfältigen Talente in vielen künstlerischen Bereichen. Doch hinter dem Ruhm der Bühne und der Leinwand verbarg sein Privatleben tiefe Traurigkeit. Wiegald Boning lebte ein glückliches Leben mit seiner Frau, doch als bei seiner Frau ein Meningiom diagnostiziert wurde, kam es zu einer Tragödie. Meningiome sind eine häufige Art von Hirntumoren, die ihren Ursprung in den Membranen haben, die das Gehirn und das Rückenmark umgeben. Obwohl die meisten Meningiome gutartig sind, können sie aufgrund des Drucks auf Strukturen im Gehirn schwerwiegende Symptome verursachen. Bei Wiegalds Frau hat die Krankheit ihr Gedächtnis stark beeinträchtigt. Der Gedächtnisverlust aufgrund eines Meningioms hat das Leben von Wiegalds Frau schwierig und herausfordernd gemacht. Sie beginnt, die einfachsten Dinge zu vergessen, von alltäglichen Ereignissen bis hin zu wichtigen Erinnerungen. Dies verursachte nicht nur körperliche Schmerzen, sondern verursachte auch enormen psychischen Stress für sie und Wiegald. Für einen Künstler wie Wiegald ist es ein Schmerz, seinen Partner mit dieser schrecklichen Krankheit konfrontiert zu sehen, der sich nicht in Worte fassen lässt. Wiegald Boning teilte mit, dass sich ihr Leben seit der Krankheit seiner Frau völlig verändert habe. Er muss damit klarkommen, dass seine Frau sich nicht mehr an die schönen Erinnerungen erinnert, die sie gemeinsam geschaffen haben. Die Reisen, Auftritte und glücklichen Momente sind für sie nur noch fragmentierte Erinnerungen. Jeden Tag muss Wiegald zusehen, wie seine Frau nach und nach wertvolle Erinnerungen verliert, was ihm ein Gefühl der Hilflosigkeit und des Schmerzes bereitet. Wiegald war nicht nur ein hingebungsvoller Ehemann, sondern auch ein geduldiger Begleiter. Er investierte viel Zeit und Mühe in die Pflege seiner Frau und unterstützte sie dabei, die Schwierigkeiten zu überwinden, die die Krankheit mit sich brachte. Selbst als sie vergaß, wer er war, war Wiegald immer an ihrer Seite, beharrlich und liebevoll. Er versteht, dass die Liebe und Bindung zwischen ihnen unverändert bestehen bleibt, auch wenn ihre Erinnerung verblasst. Wiegald muss sich nicht nur um seine Frau kümmern, sondern auch Familie und Beruf unter einen Wut bringen. Als Künstler muss er seine Arbeit fortsetzen und dem Publikum Freude und Lachen bringen. Allerdings musste er oft vorübergehend seine Arbeit aufgeben, um an der Seite seiner Frau zu sein und dafür zu sorgen, dass sie immer umsorgt und getröstet wurde. Wiegalds Opferbereitschaft und Hingabe haben viele Menschen dazu gebracht, ihn zu bewundern und zu bewundern. Darüber hinaus suchte Wiegald auch Unterstützung bei medizinischen und psychologischen Experten, um seiner Frau zu einem möglichst stabilen Leben zu verhelfen. Er nahm an Beratungsgesprächen teil, lernte etwas über die Krankheit und wie man Menschen mit Meningiomen pflegt. Wiegalds Geduld und Liebe wurden für seine Frau zu einer großen Motivationsquelle und halfen ihr, schwierige und schmerzhafte Momente zu überwinden. Wiegald ist seine Frau nicht nur seine Lebenspartnerin, sondern auch eine endlose Inspirationsquelle, die ihm hilft, die wahre Bedeutung von Liebe und Opferbereitschaft besser zu verstehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wiegald Andreas Boning nicht nur ein talentierter Künstler, sondern auch ein hingebungsvoller, geduldiger und liebevoller Ehemann ist. Die Geschichte von ihm und seiner Frau ist eine Erinnerung an den Wert von Liebe und Kameradschaft im Leben, egal wie viele Schwierigkeiten und Herausforderungen auf uns warten. Ihre Liebe ist eine starke Quelle der Motivation und hilft ihnen, alle Stürme zu überwinden und gemeinsam neue Erinnerungen aufzubauen. Auch wenn Erinnerungen verblassen, werden Liebe und Verbundenheit immer bestehen bleiben. Wiegald Boning, der berühmte Komiker der Wiegald Boning-Sekte, war überglücklich, als er die großartigen Neuigkeiten verkündete, die sein Leben erreicht hatten. Im Alter von 56 Jahren wurde er erneut Vater, ein unbeschreibliches Glück für einen Mann, der sein ganzes Leben der Aufgabe gewidmet hat, Menschen zum Lachen zu bringen. Diese Nachricht ist nicht nur Wiegalds eigene Freude, sondern auch eine Glücksbotschaft, die er über soziale Netzwerke mit vielen Fans teilte. Wiegald Boning war mit seinem einzigartigen humorvollen Stil und seinem optimistischen Geist schon immer ein bekanntes Gesicht auf deutschen Bühnen und Kinoleinwänden. Sein Privatleben ist jedoch recht geheim und wird der Öffentlichkeit nur selten preisgegeben. Doch dieses Mal war es ihm aus dem Glück, Vater geworden zu sein, nicht mehr möglich, es länger geheim zu halten. Auf seiner persönlichen Seite gab Wiegald nicht nur bekannt, dass er Vater geworden sei, sondern verriet auch das Geschlecht und den Namen des Kindes. Wiegalds neugeborenes Kind ist ein wunderschönes und bezauberndes kleines Mädchen. Mit grenzenlosem Stolz und Liebe teilte Wiegald mit, dass er und seine Familie beschlossen hatten, das Baby Emma zu nennen. Der Name Emma bedeutet, universell, oder, ganzheitlich, und spiegelt Wiegalds Hoffnung wider, dass seine Tochter in einer Welt voller Möglichkeiten und Liebe aufwachsen wird. Er schrieb, willkommen auf der Welt, Emma, wir lieben dich so sehr. Diese emotionalen Shares erhielten sofort tausende von Likes und Glückwunschkommentaren von Freunden, Fans und Kollegen. Viele Menschen brachten Wiegald und seiner Familie ihre Bewunderung und ihren Segen zum Ausdruck. Sie lobten Wiegalds Mut, die Freude der Vaterschaft in einem Alter anzunehmen, in dem viele Menschen begonnen haben, darüber nachzudenken, sich auszuruhen und das Leben zu genießen. Aber für Wiegald kennen Familien Freude und Liebe zu Kindern keine Grenzen. In früheren Interviews teilte Wiegald mit, dass er immer davon geträumt habe, eine große und glückliche Familie zu haben. Obwohl seine Karriere als Komiker viel Zeit und Mühe in Anspruch genommen hat, steht für ihn die Familie immer an erster Stelle. Er sagte einmal, es gibt nichts Wichtigeres, als das Lächeln der Kinder zu sehen und die Liebe der Familie zu spüren. Mit der Geburt von Baby Emma ist Wiegalds Traum erneut wahr geworden. Viele Fans sind auch neugierig auf die Reaktion von Wiegalds älteren Kindern auf die Geburt ihrer kleinen Schwester. Nach seinen Angaben sind seine Kinder sehr aufgeregt und bereit, ihre Schwester willkommen zu heißen. Sie bereiteten kleine Geschenke vor und schrieben Liebesbriefe, um Emma willkommen zu heißen. Die gesamte Wiegald-Familie ist voller Freude und Glück und bereitet sich auf eine neue Reise voller Aufregung und Liebe vor. Das Leben von Wiegald Boning wird mit dem Auftauchen von Baby Emma sicherlich aufregender und interessanter. Emmas Momente, in denen sie sich um ihr Baby kümmert, ihr Lachen und ihre ersten Schritte werden für Wiegald eine neue Inspirationsquelle für seine Comedy-Karriere sein. Er wird sicherlich noch viele weitere interessante und humorvolle Geschichten mit dem Publikum teilen können, die seinen humorvollen Schatz bereichern. Wiegald Boning war und ist ein lebendiges Beispiel für das Streben nach Familienglück unabhängig vom Alter. Er beweist, dass Liebe und Familienfreude keine Grenzen kennen und dass jeder Moment im Leben zur Freude werden kann, wenn wir wissen, wie man wertschätzt und liebt. Mit der Geburt von Baby Emma bekräftigte Wiegald erneut, dass das Leben immer voller Wunder und Glück ist, solange wir immer offen dafür sind. Wiegald Boning, ein berühmter Multitalent in Deutschland, ist nicht nur Komiker und Musiker, sondern auch eine Fernsehpersönlichkeit mit einer reichen und abwechslungsreichen Karriere. Eines der denkwürdigsten Erlebnisse in seiner Erinnerung war jedoch die Teilnahme an The Maskate Singer, einer berühmten TV-Show, in der die Darsteller Masken tragen, um ihre Identität zu verbergen. Wiegald Beteiligte sich nervös und aufgeregt am Programm. Für ihn ist dies nicht nur ein musikalischer Spielplatz, sondern auch eine Gelegenheit, sich selbst herauszufordern, seine Grenzen zu überwinden und das Gefühl zu erleben, unter einer geheimnisvollen Maske aufzutreten. Wenn er auf der Bühne steht, ist er nicht mehr Wiegald Boning, sondern wird zu einem völlig neuen Charakter, einem verborgenen Sänger mit fesselnder Stimme und Darbietungen. Während seiner Zeit in der Show erhielt Wiegald viel Unterstützung vom Publikum. Die Fans verfolgten jeden seiner Schritte und jeden Auftritt mit Neugier und Spannung. Sie versuchen immer zu erraten, wer sich hinter der Maske verbirgt, und ihre Vermutungen und Kommentare sind ein unverzichtbarer Teil der Show. Eine von Wiegalds unvergesslichsten Erinnerungen ist der Moment, als seine Fans ihm ihre besonderen Wünsche mitteilten. Die Briefe und Botschaften des Publikums sind nicht nur Komplimente, sondern auch Segen und Wünsche für ihn, stets eine optimistische Stimmung zu bewahren, seiner Leidenschaft weiterhin nachzugehen und allen Freude zu bereiten. Ein Fan schrieb, wir hoffen, dass du das Feuer der Leidenschaft immer in deinem Herzen behältst, weiterhin kreierst und das Publikum überrascht. Du bist eine große Inspiration für uns. Diese Wünsche hinterließen bei Wiegald einen tiefen Eindruck. Er spürt die aufrichtige Zuneigung des Publikums und das ist für ihn eine große Motivation, weiterhin seinen Beitrag zu leisten und seine Karriere weiterzuentwickeln. Er teilte mit, wenn ich mit einer Maske auf der Bühne stehe, habe ich das Gefühl, in einer anderen Welt zu leben, in der Grenzen überschritten werden und ich mit der Musik frei fliegen kann. Die Emotionen des Publikums sind für mich eine wertvolle Energiequelle, die mir hilft, alle Herausforderungen meistern. Darüber hinaus erhielt Wiegald auch viele weitere Anfragen und Wünsche von Fans. Einige Fans äußerten die Hoffnung, dass er weiterhin an Fernsehsendungen teilnehmen und allen Momente der Entspannung und des Lachens bescheren werde. Andere möchten, dass er neue Musikprojekte ausprobiert und verschiedene Musikgenres erforscht, um seine Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen. Wiegald Boning, mit einem leidenschaftlichen Herzen und grenzenloser Kreativität, hat seine künstlerische Reise mit der Unterstützung und Liebe des Publikums fortgesetzt. Unvergessliche Erinnerungen an die Show, The Masked Singer, und Wünsche der Fans werden immer ein wichtiger Teil seiner Karriere sein und ihn motivieren, seinen künstlerischen Weg fortzusetzen. Wenn Wiegald an die Tage zurückdenkt, an denen er an dem Programm teilgenommen hat, ist er immer bewegt und dankbar. Er stellte nicht nur sein Können unter Beweis, sondern erkannte auch, dass er hinter der Maske immer noch ein vom Publikum geliebter und unterstützter Künstler ist. Es waren die Liebe und Kameradschaft des Publikums, die ihn erfolgreich machten und ihm halfen, alle Schwierigkeiten und Herausforderungen zu meistern. Wiegald Boning verspricht, dem Publikum auch in Zukunft hochwertige und kreative Kunstprodukte zu bieten. Er glaubt, dass er mit der Liebe und Unterstützung seiner Fans immer genug Energie und Motivation haben wird, um seine Karriere weiter voranzutreiben. Wiegald Boning ist ein berühmter deutscher Komiker, Musiker und Schriftsteller, aber nur wenige wissen, dass er auch ein leidenschaftlicher Marathonläufer ist. Im Jahr 2017 stellte sich Wiegald einer außergewöhnlichen Herausforderung, ein Jahr lang jede Woche einen Marathon zu laufen. Dies erfordert nicht nur körperliche Stärke, sondern auch immense mentale Stärke. Diese Herausforderung begann am 1. Januar 2017, als Wiegald seinen ersten Marathon im neuen Jahr lief. Jede Woche nimmt er an einem anderen Marathon teil, unabhängig von Wetterbedingungen oder Ort. Von überfüllten Straßen in der Stadt bis hin zu abgelegenen Landwegen meisterte Wiegald jede Herausforderung mit Entschlossenheit und Ausdauer. Wiegald teilte mit, dass das Laufen eines Marathons nicht nur eine sportliche Aktivität sei, sondern auch eine Methode, die ihm dabei helfe, das Gleichgewicht in seinem Leben zu bewahren. Jeder Lauf ist für ihn eine Gelegenheit, nachzudenken, seinen Geist zu entspannen und seine eigenen Grenzen auszuloten. Mentale Stärke ist sehr wichtig, sagte er. Wenn Sie mit schwierigen Momenten konfrontiert sind, sind es Wille und Entschlossenheit, die Sie durchstehen. Jede Woche einen Marathon zu laufen, hat Wiegald viele wertvolle Erfahrungen beschert. Er lernte viele neue Freunde kennen, teilte seine Leidenschaft mit Gleichgesinnten und inspirierte sogar viele andere, mit dem Laufen zu beginnen. Die Rennen sind für Wiegald eine Gelegenheit, mit der Community in Kontakt zu treten und die Unterstützung seiner Fans zu spüren. Allerdings ist diese Herausforderung nicht immer einfach. Wiegald war mit Verletzungen, Müdigkeit und manchmal mangelnder Motivation konfrontiert. Es gab Zeiten, in denen er sich erschöpft fühlte und aufgeben wollte, aber sein belastbarer Geist und seine klaren Ziele hielten ihn am Laufen. Sie werden nicht immer motiviert sein, aber wenn Sie Disziplin haben, werden Sie die Kraft finden, weiterzumachen, teilt er mit. Eines der überraschendsten Dinge, die Wiegald auf dieser Reise entdeckte, war die Anpassungsfähigkeit des menschlichen Körpers. Anfangs war es eine große Herausforderung, jede Woche einen Marathon zu laufen, aber mit der Zeit passte sich sein Körper allmählich an und wurde stärker. Wiegald betonte auch, wie wichtig es ist, sich um den Körper zu kümmern, von einer gesunden Ernährung bis hin zu ausreichend Ruhe, um die Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Das Jahr 2017 endete mit 52 absolvierten Marathons und markierte damit einen wichtigen Meilenstein im Leben von Wiegald Boning. Wenn er auf seine herausfordernde und emotionale Reise zurückblickt, ist er stolz auf das, was er erreicht hat. Ein Jahr lang jede Woche einen Marathon zu laufen, ist nicht nur eine persönliche Leistung, sondern auch eine wertvolle Lektion in Sachen Willenskraft und Ausdauer, teilt er mit. Wiegald hofft, dass seine Gelände